So, einmal diese Rutsche hier runter. Und Hossa und Röber da. Äh, diese Wand sollten wir zerballern. So. Einmal rüber schwingen. Perfekt. Gut, dort hätten wir ein weiteres Geheimnis. Was wir sind jetzt bei drei Bronzen und drei Silbernen. Das haut hin. Wollte ich nur kurz kontrolliert haben. Mein Gott, Lara, das ist fantastisch. Joa, da ist mir Tomb Raider Legend mal wieder abgeschmiert. Ich hatte das Spiel echt, also ich hab's jetzt schon mal gesagt, aber ich hatte es nicht so instabil in Erinnerung. Ich habe jetzt mal gewechselt wieder auf die Steam-Version. Ich guck mal eben, ist Next Generation Inhalt an hier? Ja, ne, hab ich, hab ich eingeschalten. Hoffentlich schmiert das Spiel jetzt nicht wieder ab. Mein Gott, Lara, das ist fantastisch. Sieh sie dir an, das ist ja sensationell. Ist es tatsächlich? Vor allem, wenn man's mal sieht. Gut, das Spiel ist nicht wieder abgeschmiert. Es ist wirklich... Also, das Level, ich mag es einfach sehr. Generell, so Eis-Level, Schnee-Level mag ich schon. Ich mag eigentlich alle Level. Alle Arten von Level, solange sie nicht zu viel vorkommen. Tomb Raider 4. Ich mag diesen aus ganz und gar nicht. Gut, Zip. Du magst ihn nicht so sehr. Aber ich schon. Ähm, ich sehe nicht, wo ich hinschwinge. Also nicht wirklich. Ich glaube, ich muss hier vor... runterzubrechen. Scheint diese Stange ja nicht. Rutsch nicht aus. Alles klar. Okay. Ich versuche an dieser... Eissäule nicht auszurutschen. Da war das vierte Bronzegeheimnis. Wohnt hier vielleicht der böse Bruder vom Weihnachtsmann? Der böse Bruder vom Weihnachtsmann. Wieso muss ich jetzt an Weihnachtsmann und Co. KG denken? Gab es da nicht irgendeine Widersacher vom Weihnachtsmann? Ich glaube schon. Aber ich habe die Serie nicht mehr gut genug in Erinnerung. Und außerdem... liegt hier das Goldgeheimnis. Und über das will ich gerade viel lieber reden. Denn... Das hier ist... das zweite von zwei Goldgeheimnissen, die ich in meinem ersten Playthrough gefunden habe. Ich hatte es ja in... Tokio, beziehungsweise in Japan, gesagt. Ich habe zwei Goldgeheimnisse gefunden. Jedenfalls glaube ich. Ich hatte das gesagt. Und ja. Das hier ist das zweite davon. Ist, wie ich finde, auch nicht so schwierig versteckt. Ich meine... Ehrlich gesagt, ich glaube, ich... dachte, da geht es weiter. Weil man sieht da hinten eine Kante. An die man irgendwie ran kann. Oder sie sieht so aus, als könnte man da ran. Ja doch. Wir werden da noch rankommen. Man kommt von hier aus. Und... Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich da hingeschaut. Und ich finde die Kante da oben... Verdammt nochmal. Das ist viel zu eskant, Laura. Ich schaffe das. Ich finde die Kante da oben fast schon unauffälliger. als den Weg zum Secret. Gut. Von hier zurück? Oder muss ich noch runter? Ne. Zu Seite? Jawohl. Nach hinten oder zur Seite? Ach. Nach oben geht es nicht, oder? Ne. Das scheint mir ehrlich gesagt zu weit. Aber hinter mir sehe ich nichts. Großer Gott, ich kann gar nicht hinziehen. Das sagst du immer und dann siehst du trotzdem hin. Ah gut, es hat gelangt. Oh, das hat irgendeinen Namen. Schockstarre? Meine... Ich kenne Leute, die sagen immer, das ist wie ein Unfall. Da kann man nicht wegsehen. Aber ich meine nicht Gaffen. Ich meine nicht Gaffen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das Phänomen hat einen Namen. Oh, ich habe keine starke Waffe mehr. Kann ich mal bitte die Explosivfässer treffen? Oh, by the way. Ich habe ein Medipack verwendet. Ich weiß, die machen viel Schaden, diese Granaten. Aber was ich sagen wollte, ist, verwendet hier vielleicht nicht so viele Medipacks. Gut, hier liegen jetzt ein paar rum. Das heißt, wir können auch ein paar verwenden. Nimm die Waffe, Lara. So. Macht sehr kalt. Hier ist schon kalt. Und ich befürchte auch, ihr ist schon kalt. So. Gut. Dichter oben noch erledigen. Dann noch die ganzen Fässer entschärfen. Einmal heilen. Medipack gleich aufnehmen. So. Will ich die Waffe hier nehmen? Ne, da habe ich ja... Moment, was? Hier liegt eine leere Waffe. Interessant, dass sie nicht gleich despaunt. Aber gut, scheinbar macht das Spiel das so. Haben wir hier noch eine interessante Waffe? Ne, das ist ein Granatwerfer. Nehmt in diesem Level mal vielleicht nicht so viele Medipacks. Denn... Ja... Das nächste Level ist der Endboss. Und ich erinnere mich noch daran, dort keine Medipacks gehabt zu haben. Das war nicht schön. Das Wasser sieht interessant aus. Aber ich kann wahrscheinlich nicht drin... Oh Gott, Lara, die muss doch saukalt sein. Ist alles okay mit dir? Meine Knochen sind schon taub. Verdammt. Ist das kalt hier? Aber ich komme schon klar. Kein Problem. Ich kann wahrscheinlich nicht drin schwimmen. Ich kann es sogar. Nur... Was war da für eine zweite Leiste? Das war nicht Luft, oder? Das sah aus wie die Wärmeleiste aus... Oder sieht aus wie die Wärmeleiste aus Tomb Raider 3. So, ich nehme mal... Beide Medipacks, denn hier liegen... Oder zwei, denn hier liegen noch welche rum. Insofern ist das kein Problem. Ach halt, was tue ich denn? Wir müssen... Das hier zerschießen. Für ein... Ich glaube, Silbergeheimnis. Ja, genau. Einmal her damit. Und... Da drüben liegt noch ein offensichtliches Bronzegeheimnis. Was wir mitnehmen können. Auch hier ist der Boden wieder so merkwürdig durchsichtig. Und hier können wir rüberschwingen. Lag hier noch was? Hier liegt eine Waffe. Gut. Die ist gern gesehen. Und... Oh mein Gott. Das sieht alles so broken aus. Bin wirklich entsetzt. Ich hatte das nicht in Erinnerung. Geht's hier weiter? Doch, ich glaube, hier bin ich richtig. Ich... Schaue dann lieber nochmal kurz. Habe ich auch kein... Ne, ne. Ich habe kein Geheimnis vorgepasst. Das müsste passen so. Das nächste befindet sich nämlich erst hier unten in dieser gar nicht offensichtlichen Nische. Also irgendwie stellenweise ist das Level richtig schön und dann wieder einfach nur miserabel. Und stürzt ab zudem. Aber... Da kommst du nicht rüber. Und wenn du schwimmst, endest du als Eis am Stier. Hm. Jetzt müsste man übers Wasser... Verdammt. Ich dachte, ich komme noch rüber. Ich dachte, ich bin schnell genug. Da kommst du nicht rüber. Und wenn du schwimmst, endest du als Eis am Stier. Hm. Jetzt müsste man übers Wasser laufen können. Ja. Das ist wahrscheinlich die sinnvollere Lösung. Auch wenn ich das Gefühl hatte, man hätte sich sogar durch Damage boosten können. So. Gibt's hier was? Ne. Man sieht hier nur irgendwas, was eingefroren ist. Ich will dich ja nicht ärgern, aber ich bin froh, dass ich zu Hause bin. Ist gut, Sip. Und jetzt halt die Klappe. Tut mir leid. Warte. Das erinnert mich an etwas, was Sip in Tomb Raider 5 gesagt hat. Hat er denn nicht irgendwie zu Lara gesagt, keine dummen Sprüche und halt die Klappe, sonst schickt Sip dich in die Küche? Klappe zu und keine Sprüche, sonst schickt Sip dich in die Küche. Und jetzt ist Lara, die, die sagt, halte Klappe. Hm. Gut, das ist ein Plus-Minus-Übersetzung, aber es könnte sein, dass das tatsächlich eine Anspielung ist. Ich müsste vergleichen, was sie an beiden Stellen im Englischen sagen. Werde ich tun. Werde ich tun. Gut. Hier hatten wir das fünfte... Ja doch, das fünfte Geheimnis müsste das sein. Das fünfte Silbergeheimnis. Bin mir ziemlich sicher, das habe ich in meinem ersten Playthrough gefunden. Oder habe ich... Ich habe es auf jeden Fall besonders in Erinnerung. Entweder, weil ich es eben nicht gefunden habe und mir dann einen Kopf gepackt habe. Oder weil ich es gefunden habe. Ziemlich sicher letzteres.